...entscheidet. Alle Bundesbürger, die noch im Land sind, bitte ich abermals sehr dringend, die Ukraine zu verlassen, zu ihrem eigenen Schutz. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages habe ich gebeten, für Sonntag eine Sondersitzung des Bundestages einzuberufen. Dort werde ich eine Regierungserklärung abgeben. Als Vorsitzender der G7 werde ich mich heute Nachmittag in einer Videokonferenz der G7... ...dass ich mich heute Nachmittag in einer Videokonferenz der G7... ...und ich möchte, um die Tür zu verabschieden, was die für die Regierung. Das ist ein Wort. 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 Ich sage auch etwas. Für die Europäische Europäer. Das ist eine Römerin und Belgarita. Und die Europäer-Belgarien. Ich sage ihnen, dass ich meine Güte verstanden bin. Ich sage ihnen, dass ich sie nicht mehr verstanden bin. Ich wünsche Ihnen allen, die ich euch in der Welt und die Europäische Union. Wir haben auch die Europäische Union und die Europäische Union, die sich in der Europäischen Union und der Europäische Union mit dem Europäischen Union Und in diese Situation, ich will der Präsidenten, Flaedemir Böten, um die Verkaufs-Ammel-Ammel-Ammel-Ammel-Ammel-Ammel-Ammel-Ammel.